Hallöchen, mein lieben Freund und willkommen zurück zum Wimmelbeet-Abenteuer. Die neuen Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Und zur Folge 3 ist die Weltshow angetreten. So, wir haben jetzt hier im Sheriff die Schlange mal verjagt von ihm. Da kommen wir noch nicht so wirklich rein. Gehen wir mal zum Gefängnis. Hier ist kein Fragezeichen, oder? Helen? Ah! Get out of my head. Get out of my head. He is using the artifact. The eye. All of them. Everyone. They can't hear. They can't speak. What are they digging for? I need my amulet. I need it. He took it from my neck. Does the sheriff know? His desk is so messy. Joe was right. I should never have stayed in that hotel. Okay. Helen ist eingesperrt. Ich habe sie niemals in so schrecklicher Verfassung gesehen. Ich muss herausfinden, was mit ihr geschehen ist. Ja, und der Sheriff, dein Desk, hat sie gesagt, ist ja ein Messing. Also durcheinander. Das heißt für uns. Erst mal hier schön Schaum machen. Und dann die Pillen hier irgendwie raus triggern. Würden die Pillen sein. Flaschenöffner ist hier. Ein Bodingkugel ist hier unten. Kamerofilm ist hier. Tischglocke ist da. Schlagstock. Wo könnte es hier ein Schlag... Ach, da. Schlagstock. Klebeband. Abzeichen. Schaum. Der Drillerpfeife wahrscheinlich. Lineal. Hier. Pillen. Und eine Sprungfehler. Da muss ich erstmal ein paar mal hinkriegen, weil das hat einen doofen Hitpoint anscheinend. Okay, was sagt die Karte? Wir können ja auch Schnellreise machen. Wir gehen mal zum Klapperschlangen. Hotel. Okay. Sorry about before. You surprised me is all. You're welcome to use your room now. What do you mean I lied about Helen? Who are you really? I'm calling the sheriff. All right. All right. No need to get violent. Listen, I'm not the bad guy here. Your friend? She came to town a week ago. Booked a room. She and another guy were writing some article or something. Yeah, day before yesterday. Wilson brought her in on a burglary charge. That's all I know. All right. Your room is ready. Now leave me alone. Hello there. You must be my new neighbor. The name is Owen Duffer. How do you like the place? Strange, isn't it? Small town. Crawling with snakes. The mayor says, we've no need to fear the local reptiles. But who knows, right? My shirt? Oops. Looks like I must have coded on something. Sure, I've met Helen. Fine looking gal, if you ask me. In jail? Well, isn't she a troublemaker? Off I go then. Maybe we'll grab a pint later. Okay, der Typ ist merkwürdig. Owen Duffer. Owen ist nur ein britischer Tourist. Zumindest behauptet er das. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Typ undercover ist. So wie der redet. What on earth happened here? Okay, wir... Detektivmodus sag ich einfach mal. Einmal hier. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Under the covers. Und above the wardrobe. He tries to pull something out from under the wardrobe. There's a sound. Someone is coming. Okay, das weiß ich schon mal, glaube ich, wie. Ja, nehmen wir mit. Irgendwas dazukommen? Sonst ist hier nichts Spannendes gerade, oder? Nö. Okay, ich benutze wieder die Karte. Ist wahrscheinlich wegen dem hier, aber wir haben ja immer noch nichts zum Schneiden, also machen wir da weiter, wo ich denke, dass wir da weitergehen sollen. Ja, das ist jetzt ein Tortor. Solange die Wache da ist, komme ich nicht rein. Wirkt eines sonderbaren Hemndes. Okay. Okay. Ja, das habe ich. Aber welchen hast du gesehen? Vielleicht, wenn ich eine Bildung des Amulets habe, könnte ich sehen, was du achetest? Ah, der Dear Guardian. Ich habe einen ähnlich zu ihm. Ich kann dir ein guter Geld. Okay, also die ist nicht besonders nett, aber wir können noch mal hier... ...den Stand hier erwimmeln. So, Taschenmesser ist hier. Falsches Gebiss ist da. Schiff im Glas ist gleich darunter. Heuschrecke ist da links. Schachtteil. Das ist wahrscheinlich das Pferd gemeint. Dann die Trompete, die Schnecke, die Granate, der Korken, die Münze, der Rubin und der Kelch. Und mit dem Taschenmesser mit den Schweizer gehen wir nun mal zurück. Wir können jetzt die Hupe hier absägen. Abschneiden, nicht absägen. Und damit verjagen wir noch mal Prebo. Jetzt hast du es geschafft. Oh, Alter. Juhu. Punk. Punk. Weil langsam tat der Knopf, der auf der Kopf legte. Ziemlich weh. Finde die Preisschilder der Amulette, indem du sie von ihren niedrigsten zum höchsten Preis anklickst. Okay. Einmal. Hier. Wollen wir den nächsten. Hier. Dann müsste das nächste jetzt sein 25. 20. Das nächste müsste sein 30. Das nächste ist die 42. Ich muss genau hinschauen. Hä? Okay. Das ist leicht verwirrend. Also da, 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 42. 30. Machst du es so oder macht das so einen Knick? Und dann ist es eigentlich das hier oder nicht? Okay. Das ist braun. Das war jetzt die 33, das ist jetzt die 42. 40. So, da haben wir das. Ich erinnere mich. Mein amulet. Es ist du, mein liebster Freund. Es ist wirklich du. Listen. Es ist etwas falsch, mit den Menschen von Serpent Creek. Es ist eine Maschine in... ... in der Basement. Es macht dieses... ...buzzing noise. Es macht sie verrückt. Es ist ein... ...a tall building. Aber er weiß alles. Er hat mich gesehen. Joe und ich haben eine Warnung von uns. Behind you! Wie... Wie kam ich hier? Mein Kopf tut. Okay, da hat uns jemand ausgenockt. Er ihn aus... äh, rausgenommen und uns reingepackt hier in der Zelle. Ich sehe aber jetzt aber auch kein Fragezeichen. Vertraue dem Sheriff nicht. Das ist nicht... Ich will das nicht verdammt. Ich habe nicht gesagt, dass du nicht verlassen kannst. Ich habe gesagt, dass du nicht zu Ende hörst. Der Sheriff nicht hängst. Wo ist die Frau? Sie hat dich auf in hier? Das ist es. Ich weiß nicht, was passiert hier ist. Aber wenn sie deine Freundin ist, dann sollte du mehr auf dich in der Hand sein. Sie hat sich auf die Methode zu sein. Sie hat hier einen Grund herausgefunden, du kennst. Der Herr Wilsson hat mich über dein kleinen ... ... accident. Dein Freund ist sehr verletzt. Ich entschuldige, wenn der Herr Wilsson etwas ... ... mit dir. Ich möchte dich wieder einmal bedanken, für meine Leben zu retten. Hier. Ich bin Angst, dass das beste ist, was ich jetzt machen kann. Ich freue mich, den letzten Tag des Festivals. Nach der Rettung von meinem tragischen Tod war er bereits ruhig. Ah, ja. Wilsson fand mich in der Zelle eingespielt vorher. Er ließ mich gehen. Er erwähnt die Leiche von Joe, aber mit keinem Wort. Seltsam. Mhm. Mal kurz, kurz nochmal ... ... nochmal zu sagen, wo gucken wir bei Ziele? Das wird der Titel für diese Folge sein, nämlich Einladung. So. Und dann würde ich sagen, dann ... ... ja, dann gehen wir halt zum Museum. Ich gehe aber erstmal hier hin. Eine Taschenlampe und nochmal ein Zahnrad. Dann müssen wir definitiv hier hin. Okay, ich vermute erstmal ... ... repariert den Türmechanismus, in den du die Zahnräder auf die Stifte gibst. Bis sich alle drehen. Sonst heißt es wieder ... Aha, du lächst ja nicht vor, Holy. Du bist ein böse Bube, du. Hehehe. Das ist jetzt auch nicht schwer. Hilfe, 5 Nails ohne Veränderung der Überschwingungstaste. Das ist super. Ja, toll. Erstmal hier alles an, schon im Dunkeln. So, hier ist nichts Besonderes. So, das sollte man eigentlich nie mit dem Messer machen, aber gut. Leitet den Strom zu den drei Leuchtenden unten auf dem Bildschirm, indem du die Schalter drehst. Alter, dieses Geräusch. Ist echt schon ein bisschen anstrengend. Geht. corporations Name As Um, 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 um. Um, 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 um Untertitelung des ZDF, 2020 Ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut.